Die Idee der Wasser für Wasser ist, dass wir einerseits in der Schweiz das Leidungswasser fördern möchten, dass es viel ökologischer ist als Flaschenwasser und gleichzeitig möchten wir sensibilisieren für die globale Wasserthematik und Spenden in den Alltag integrieren. Mit den Spenden, die wir hier in der Schweiz generieren, unterstützen wir Wasser- und Abwasserprojekte in Sambien-Mossenbeek unterstützen, die in bedürftigen Regionen in diesen Ländern Wasserzugang ermöglicht wird. Im Rahmen der Partnerschaft Wasser für Wasser kommt jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin eine hochwertige Edelstahlflasche rüber. Das ermöglicht den Wasserkonsum und das Trinken auf ganz natürliche Art und Weise im Arbeitsalltag. Zudem ersetzen wir in allen Sitzungszimmern PET-Flaschen und Plastikbecher mit Gläser und Glaskalachen. Eigentlich gibt mir das ein sehr gutes Gefühl, weil es ja nur Leidungswasser ist und dass ich mit dem so viel bewirken kann für die Umwelt ist einfach super. Untertitelung des ZDF für funk, 2017